Nachdem niemand mehr zur Debatte gemeldet ist, komme ich zur Abstimmung. Und ich darf die Damen und Herren, die für diesen Fristsetzungsantrag sind, um ein Zeichen der Zustimmung suchen. Das ist die Minderheit und der abgelehnt. Ich komme wieder zurück zum Tagesordnungspunkt 12 zur 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern, mit der mindestens 180 zusätzliche Plätze für Frauen und Kinder geschaffen werden sollen, die von Gewalt betroffen sind.